Hallihallo ihr lieben Leute von heute und herzlich Willkommen zurück zu Tomb Raider 2 Starring Lovercraft Remastered. Jihau! Ist noch richtig früh, hab grad mal geguckt. 13.39 Uhr. I'm happy. Kann ich ja richtig viel heute den Tag für dich nutzen. Aber normalerweise bleibe ich eigentlich immer sehr lange wach und stehe auch dann dementsprechend spät auf. Weil ich nach einfach die beste Inspiration habe für meine Vampirgeschichten. Nanananananananananana. Stürb, hör auf mich mit deinem Stock zu schlagen. Ich will dein langes Ding echt nicht spüren. Da lege ich keinen Wert drauf. Ja, und das hab ich natürlich mit Absicht so gesagt. Wieso kann ich dir die Waffe eigentlich nicht klauen? Ne, das wär doch mal was. War hier überhaupt noch irgendetwas? Ich glaub nicht, ne? Nur die Fässer hier als tödliche Falle. Ah. Na gut. Dann könnt die Fässer auch ruhig da bleiben. Die müssen nicht ins Rollen gebracht werden. Aber ich kann mir mal die Monitor hier ein bisschen angucken. Jetzt kann man da ja mal so ein bisschen was erkennen. Aber auch nicht sehr viel mehr. Müssen wir auf jeden Fall Pause drücken. Cool, das könnte ich ja machen mal eben mit der... Was steht denn da, ne? Wir können ja mal kurz ein bisschen lesen. Interessiert mich jetzt gerade. Tomb Raider should be rem... Ah, da stehen echt Spielinformationen drin. Tomb Raider should be remastered, they said. Maybe all the voices has been... Hey, das ist ja geil. Das stand doch früher nie im Leben da. Das kann nämlich nicht sein. Weil die reden hier ja über das Remaster, ne? Tomb Raider sollte remastered werden, haben sie gesagt. Wurden ihre Stimmen erhört. We want the classic games remastered. Genau, wir wollen die klassischen Spiele remastered. We need the remaster of the classic games. Wir brauchen die Remaster der klassischen Spiele. Tomb Raider should be remastered, they said. Achso, wieder das. Okay. We want the classic games remastered. We need the game remastered. Okay, das wiederholt sich immer nur ständig. Aber auf jeden Fall geil. Das ist wirklich geil, dass es sich darauf bezieht, was hier jetzt steht. Und da irgendwie ein... Da sind die Jahreszahlen. Aber so ein paar Tage vom November irgendwie... Immer nur... Von 1996 bis 1999. Interessant. Gelbe Zugangskarte. Sexy. Ja, das ist so krass, ne? Dass man hier jetzt so viel auch erkennen kann und so was. Und so kleine Hinweise im Spiel versteckt gefühlt. Auch hier, dass man wirklich was auf der Überwachungskamera quasi hier erkennen kann. Ach komm, das ist ja schon mit der Scheibe auch nochmal, ne? Schadet ja nicht. So. Erstmal den blöden Alarm hier ausmachen. Der nervt nämlich. So. Und dann... Ja, ich hab ja keine anderen Waffen, leider. Ist das doofe. Aber naja. Wir haben noch jede Menge Media Packs. Von daher... Was soll's. Wir stellen uns allen Gefahren, die da kommen. Das kümmert uns ja nicht wirklich. Ich liebe diesen Sound. Ich hab ihn schon immer geliebt. Dass sich Lara so wie eine Eule drehen kann, ne? Also so... Das ist echt der Wahnsinn. Sie kann mehr ihren Oberkörper nach hinten drehen als, äh... Ursprünglich, gefühlt. Hm, war klar. Auch wie eh und je. Aha. 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 Und ihr habt immer noch nicht gelernt, euren Kaffee mal nicht umzuwerfen. Und euer Kartenspiel habt ihr auch nicht weggeräumt. Also wirklich. Gib mir die Harpun, Mensch. Aha. Ne, wirklich. Also diese Unordnung. Das geht doch nicht. Ne, ne, ne. Hier geht's ja schon großartig weiter. Vielleicht doch nochmal eben die andere Treppe erstmal erkunden. Auch wenn mich da nichts freundlicheres erwartet an Empfang, aber... Ne. Aha. Danke. Und Fässer, let's go. Aber da vorne brauche ich nur eine rote Karte, kann das wohl sein? Deswegen wahrscheinlich kann ich hier noch gar nichts machen, ne? Ja, war völlig sinnlos hier hinzulaufen. Naja, egal. Lalalala. Dann gehen wir eben noch den anderen Weg. Wäre ja klar, dass wir hier irgendwie nochmal hinkommen. Wer quietscht denn hier so laut rum? Also wirklich. Muss doch nicht sein. Aber allgemein mag ich die Hintergrundsounds. Ich mag auch diese Level. Bohrinsel und sowas mochte ich lange Zeit nicht. Weil es irgendwie so, ja, eklig und grau und sowas irgendwie war. Aber inzwischen finde ich es eigentlich ganz cool. Na, heutzutage würde es natürlich nochmal ganz anders und nochmal besser aussehen, wenn man das jetzt hier als Remake wirklich hätte und nicht nur Remaster. Aha. Aber die Harpune sieht irgendwie cool aus. Okay, hab ich den langen Weg genommen? Egal. Ne, hier wirklich mit so einer Spitze vorne dran und sowas. Richtig sexy, die Waffe. Es war immer lustig, wie sie ja an Randomizer öfters einfach nur nutzlos hieß. Weil sie halt natürlich nicht so stark ist, aber hey. Nutzlos ist sie trotzdem nicht. Ja, meine geliebten Automatiks. Nice. Ach, der Knopf ist da hinten. Ich dachte, der wäre hier vorne. Nein, das wollte ich doch gar nicht, Lara. Da hier war nix, ne? Genau. Aber der Knopf würde ich hier hinten auch im Original? Irgendwie kann ich mich daran gar nicht erinnern. Wird wohl so gewesen sein, ne? Aber, naja. Ich hoffe, ich stehe jetzt auch richtig. Ja. Sehr schön. Sehr schön. Ich glaube, hier war jetzt erstmal die Leiter. Kann das wohl sein? Ich weiß es nicht mehr. Doch. Reicht das eigentlich nicht sogar rein theoretisch eventuell? Ich glaube wahrscheinlich nicht, aber... Man könnte es ja sonst vielleicht ausprobieren, um ein bisschen Zeit zu sparen. Ich will es mal ausprobieren. Nein, das reicht natürlich nicht. Ist okay. Ist okay. Ist okay. Ich habe es schon verstanden. Ich habe es verstanden. Dann halt nicht. Obwohl, die Kiste hätte ich denn gar nicht rausschieben müssen eigentlich. Egal. Obwohl doch, ich brauche die Lücke dahinter. War alles richtig. Ich habe alles richtig gemacht. Obwohl, naja. Egal. Auf jeden Fall war es nicht verkehrt. Wie man es dann genau schiebt, ist ja letztendlich egal. Hauptsache, ich habe die Kiste hier vorne dran. Warum brennt es hier eigentlich, ne? Welchen Sinn haben diese Herdplatten? Ich weiß es nicht. Aber ich sehe keinen guten Sinn dahinter. Naja, egal. Man muss ja auch nicht alles verstehen. Und sowieso Spiele-Logik, ne? Ist ja auch nochmal so eine Sache für sich. Nicht drüber nachdenken. Spiel das Spiel. Yeah. Hab mehr Muni als vorher. Ich meine, okay, ich habe auch wieder was gefunden. Aber ja. Diese übergroßen Karten noch, ne? Nach wie vor. Herrlich. Es macht eigentlich gar keinen Sinn, dass er die bei sich trägt. Aber hey, was soll's. Ich hoffe, dass mir hier in Tomb Raider 2 nicht das gleiche passieren wird, wie bei Tomb Raider 1, wo ich in Adidas Katakomben ein Secret übersehen hatte. Dass ich hier wirklich von Anfang an alle mitnehmen kann, alle sehen kann. Aha. An sich einfach auch wirklich, ne? Wunderschön. Als ob sie auf der Stange sitzen würde. Ach ja, nach wie vor cool, dass man da so die Sachen verändern kann. Das ist eigentlich ganz, oh, das wollte ich gar nicht. Ich wollte noch sagen, das ist eigentlich so ganz witzig. Ne, tun wir einfach mal so, als würde sie auf der Stange da sitzen. Hä, 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 hä. Sei ein Grinsekeks, Lara. Sei dir gegönnt. Ja, diese kleinen Spielereien müssen einfach mal sein, ne? Lara, das Fotomodel. Und jetzt bin ich auch schon wieder hier. Hui. Ja, Wasser war hier aber nach wie vor dran. Genau, wir haben jetzt aber die andere Karte. Ich hab mich noch gerade gefragt, wo müssen wir denn jetzt hin? Was haben wir denn jetzt zu tun? Ganz einfach. Nächste Karte einsetzen. Ach, es ist schon ruhig ohne den Alarm. Herrlich. Gute Zugangskarte. Miau. Aua. Meine Güte. Drei böse Jungs. Und alle auf einmal. Aha. Wenigstens auch neue Fackeln. Das ist gut. Fackeln fand ich meistens relativ sinnlos, aber... Hier brauch ich sehr wirklich öfters. Genau. Hier ist kein Wasser. Kiste ist direkt im Weg. Ha, hat geklappt. Like a boss. Aha. Auch interessant. Na. Doofes Geländer. Na. Genau. Ich bin mal gleich gespannt, wie die Taucher aussehen. Wenn ich sie überhaupt aus der Nähe sehen werde, ne? Wenn ich sie wieder einfach von Weitem abschießen kann, nehme ich das schließlich natürlich auch. Ach, Lara. Da will man mal Skills zeigen und sowas, ne? War das schon wieder nix. Naja. Ich denke mal und hoffe mal, ich zeige genug Skills. Jedes Mal das scheiß Geländer. Mann, oh. Also schießwütig sind die hier wirklich sehr. Aber naja, was soll's. Heilen wir uns nochmal ne Runde, ne? Haben ja sonst nix zu tun. Oh, cool. Eine kleine rote Lara, die hier langläuft. Süß. Finde ich irgendwie putzig. Sehr, sehr schön. Oh, schade. Ich dachte, ich stand direkt hier rauf, aber... Naja, dann halt nicht. Ja, wirklich wunderschön. Na. Typisch Tompi. Hin und zurück. Immer wieder hin und her. War da gerade ein komischer Grafikfehler? Ha. Egal. Auf jeden Fall sind das Fenster. Genau. Jetzt komme ich nämlich zu den Tauchern. Ha, ha, ha. Ab ins Schwimmbad. Na, schießt du mich wieder ab, oder nicht? Wenn ihr die Gelegenheit dazu bekommt, garantiert. Da vorne ist ja schon das Goldsieg. Gut, wieder. Gut, sichtbar. Ha. Aber noch sehe ich die Taucher auf jeden Fall nicht. Einer weniger. Zwei müssten es aber insgesamt sein. Hier sind ja auch noch ein paar andere böse... War da gerade einer? Ja, der kommt gerade angeschwommen. Okay, dann warte ich noch auf dich. Weil ich wollte noch sagen, ich sollte noch nicht runter ins Wasser, weil sonst werde ich von oben hinterher abgeschossen und sollte vorher schon den Weg einmal abgesprungen sein eigentlich. Zumindest bis zur Leiter. Ja, komm. Komm höher, mein Schatz. Komm höher. Lara, ziel doch auf ihn, bitte. Lara, wieso? Ne, wieso? Einfach nur wieso. Gut, gehe ich auf die andere Seite rüber und hoffe, dass es dann besser funktioniert. Jetzt schwimmt ja schon wieder unter mich der Sack. Hallo. Ist echt nicht wahr. Du Gauner, ey. Wettlauf mit dem Taucher. Ha, endlich. Meine Güte. Nervig, nervig. Na? Immer schön sterben. Hey, sogar ohne festhalten. Wie schön. Meine Schrotflinte. Ah, da hinten ist auch die Leiter. Sehr schön. Na? Hab dich im Visier, mein Freund. Kannst mir nicht mehr entkommen. He, 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 he. Aber ich glaube, den Rest kläre ich später und springe jetzt ins Wasser. Ich sagte springen, Lara. Aber gut, wenn du nicht willst. Wenn du nicht willst. Ich weiß, was auch immer da gerade wieder für ein kleiner Hänger war. Na? Ah, nee, Secret war da hinten. Okay. Yay. Yay. Na, wer atmet denn hier so schwer? Könnte auch über mir sein. Au. Ne, war ja klar. Sobald ich das Secret haben will, ne? Da werden sie munter und wollen es mir verweigern. Oh, ich konnte alles sofort aufsammeln. Sehr schön. Welche, wie die da oben am Atmen sind, man könnte mal in die machen, sonst was da. Ich glaube, hier war nichts so an sich, ne? Ich glaube nicht, nee. Schwimmen wir direkt weiter zur Leiter. Ach, ja. Ach, ja. Weil das Wichtigste war hier unten definitiv das Secret. Für alles andere gibt es Mastercard. Wer hat das eigentlich alles hier so komisch gebaut? Ich meine, auch Marco Bartoli's Männer, die müssen ja eigentlich so akrobatisch sein, auch wirklich wie ich, ne? Um das hier alles hinzukriegen und hier ihre Wege gehen zu können. Hinterkratz nicht mit seiner Waffe am Ohr. Was? Ey! Fies! Das war ja böse. Das war nur ein, ein, ein... imaginäres Geländer. Es war gar nicht wirklich da. Das ist ja böse. Daran konnte ich mich gar nicht erinnern, dass es auch hier so gewesen war. Dass man zwischendurch durch Gitter durchglitschen kann, das ist klar, aber naja. Bei dem war es mir nicht bekannt. Dementsprechend gut ist ein Trump-Radar 1, die so eine Mumie nicht durchs Gitter durchgeschubst hat. Das ist mir ja schon öfters mal passiert. Aber, ne, ganz ehrlich, gerade diese Geländer, die nur so Pseudo-Geländer sind, die hätten sie doch eigentlich mal reparieren können hier im Remaster, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich hätte schon erwartet, dass bei der Grafik dann hier sowas nicht mehr passieren kann eigentlich. Ich meine, dadurch kann man auch ein paar Glitches ausnutzen, wie eben auch mit der Fensterscheibe hier am Anfang des Levels, ne? Aber, äh, ganz ehrlich. Ne, einfach nur ne. Wenn es denn hier so buggy ist, bin ich absolut kein Fan von. Na, wieso visiere ich dich auch nicht an? Wir schauen uns an. Stehen uns Auge in Auge gegenüber, aber wir wollen noch nicht aufeinander schießen. Noch ist Waffenruhe. Waffenstillstand, besser gesagt. Aha. Puh. Na gut. Guck, wer läuft immer im Kreis. Denkt sich auch so. Guck mal, was ich kann. Guck doch mal, guck doch mal. Ach ja, schön. Na, hast du was? Ne, der Mann, der halb in der Wand steckte, hatte nichts für unsere liebe Lara. Macht ruhig Alarm. Ist mir egal. Ich hab das, was ich wollte. Das Level geht jetzt auch, glaube ich, gar nicht mehr allzu lang. Einmal für die Fans. Ah, ja. Sehr schön. Wunderbar. Aber wenigstens haben sie ja bei den Leitern hier drauf geachtet, dass die Stufen, beziehungsweise naja, Sprossen, so ein bisschen von der Wand wenigstens weg sind. Und das ist ja auch mal ganz nice. Mann, oh. Immer diese sexuelle Belästigung. So, rein mit dir. Dann was Wasser einmal wieder umleiten. Dankeschön. Und dann können wir jetzt hier auch verschwinden. Schalter muss ich doch ziehen, natürlich. Ah, ja. Dieser Türen-Sound unter Wasser, der irritiert mich etwas. Der ist neu. Und Level-Ende. Perfekt. Der Bordturm. 34 Minuten 30 gebraucht. Alle drei Secrets. Nur 29 von 31 Pfundstücken. Aber hey, so what. 20 Kills, 1,5 Mini-Packs. Nice. Kann ich mitleben mit dem Ergebnis. Gut, gut, ihr Lieben. Neues Level, neues Glück. Deswegen werde ich natürlich auch hier dann den Part jetzt beenden. Und bedanke mich ganz recht herzlich bei euch allen fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Wie immer liken und kommentieren gerne nicht vergessen. Und, ähm, vor allem gerne nicht vergessen? Egal. Auf jeden Fall bis zum nächsten Part, ihr Lieben. Und bis dahin euch einen wunderschönen restlichen Tag. Eure Vempi. Ciao. 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 Ciao.